So Leute, ziemlich spezieller Platz hier. Oben in der Krone. Es ist unheimlich windig und es wackelt. Es wackelt wie verrückt. Schon ein komisches Gefühl, aber das ist schon ein ganz spezieller Platz. Oh je, jetzt die Norweger fangen an zu wandalieren. Ja, unheimliches Glück gehabt, dass ich die Tickets dafür erst zwei Wochen vorher im Internet bekommen habe. Offensichtlich poppen da ab und zu immer noch mal ein paar Tickets auf. Normalerweise dauert es vier bis sechs Monate, bis man überhaupt Tickets kriegen kann. Also, voraus. Die lassen nur 60 Leute pro Stunde hier hoch. Und ja, einfach eine tolle Sache. Und es kostet nur drei Dollar mehr, als in den Sockel reinzugehen. Das ist schon sehr speziell. Eben haben wir unten noch sogar einen Ranger getroffen, der in Mainz gelebt hat, 1981 bis 1984. Und es noch auf perfekt im Deutsch angesprochen hat. Einfach nett hier. Ich liebe es. Ich liebe es.